Okay, das sieht noch... Das sieht mir ein bisschen suspekt aus hier, wie die Steine leuchten. Da oben. Ah. Das erklärt so einiges. Mensch, warum haben die Zwerge das gemacht? Das macht doch keinen Sinn. Wir werden sehen. Aber erst müssen wir zu ihr hinkommen. So, das haben wir schon mal... Das können wir hier hinten machen. Schreie aus, komm mal her. Kletter hinüber. Such einen anderen Weg. Ich glaube, hier ist eine Kurbel. Dann drückst du hier doch mal. Atreus, hier noch ein Gedankenspiel. Würde jemand wie Thiel, der sein Leben lang kämpfte, sich wirklich beweisen wollen? Beweis? Das ist eine Spur der Zerstörung. Aber wenn die Spur der Zerstörung ein Haufen Schurken ist, wieso ist das dann wichtig? Du bist stark und hast richtig gehandelt. Krieg ist kein Maßstab für menschliche Stärke. Ich hoffe, das verstehst du irgendwann. Was bringen die Sachen da? Ich versuche mal hier rüber zu kommen. Das ist jetzt belastend. Wir müssen auf jeden Fall wieder nach oben. Schaffen wir das Hund hier überhaupt? Upsi. Ah ne, da geht's lang. Ich weiß schon. Ich muss nur noch mal kurz nach oben. So, das geht dann trotzdem weiter. Ja, falsch. Da muss das hin. Und jetzt haben wir was wir wollten. Hier hin? Ne. Oder? Oder? Können wir die Plattform wieder in Gang bringen? Äh. Ja, schieß mal weg. Ja, sehr gut. Ich komme zur Tür. Ah. So kommst du denn hin? Da sind wir. Vor den. 48 Rahmen gibt es hier. Ne, ne, ne. Der möchte uns doch föhnen, dieser Odin. Möchte ich auf jeden Fall den Gang fremachen. Sonst geht es. Ach. Kann der Boden nicht still halten? Das war unerwartet. Ne, Atreus. Zurück, zurück, zurück. Das kommt mir bekannt vor. Wir sind wieder in dem Spiralbereich der Miele. Hm. Ich wollte ja bloß den Shotgun aufmachen mit mir. Nur deswegen. Was sind denn das hier für Zeichen? Da sehe ich einen Smiley mit einem dicken Bauch. So, jetzt aber. Irgendwann. Irgendwann. Habt ihr das gehört? Wir sind wohl nicht allein. Ohrenspitzen. Augenhaft. War wert hier ist jetzt irgendwie verrückt geworden oder so. Ein verrückter alter Greis. Mein Asen sind ja auch, äh, die einzigen Götter, die altern konnten, ne? Ne, die Zwerge konnten auch altern. Aber die Asen haben sich schon gehalten mit, äh, mit so ein paar Äpfeln. Wo? Das ist eine Kampfarea. Da muss etwas eingesperrt sein. So versperrt man keine Tür, hinter der man Bettwäsche lagert. Ich sehe, was zu tun ist. Ich sehe, was du nicht siehst. Und das ist nicht hier. So, Freund Blasier hinter, ne? Da kriege ich nichts zufällig auf. Nein, natürlich nicht. Gegen wen müssen wir denn kämpfen? Da ist ein Äscher, der spricht. Bifrost-Angriffe. Einherjahr können die Gesundheitsbalken Bifrost zufügen. Bifrost heilt mit der Zeit, aber, äh, Folgetreffer können ihn für zusätzlichen Schaden explodieren lassen. Vorsicht, rechts! Vorsicht, rechts! Jawohl, kein Helm mehr. Oh. Weg mit dir. Er ist dem... Wo ist denn ein anderer da also? Er kommt? Störe uns hier nicht bei unserem Kampf. Hinter dir! Vorsicht! Mensch, lasst mich doch mal in Ruhe. Ach, komm. Beide? Erst mal einen, dann... Dann wieder beide. Oder einen wenigstens. Au. Hinter dir! Vorsicht! Nö. Oh. Atreus, du machst ihn mal erst, ne? Ja, noch weiter. Noch weiter. Schlag weiter. Hier, guck ich, ich halte den sogar für dich auf. Gut gemacht. Sie wollen uns fernhalten. Hier muss es sein. Dann mal weiter. Guck mal, das hier kaputt machen. Nö. Entweder haben wir jetzt nochmal einen Kampf. Tü! Wir nehmen die ganze Tür aus den Angeln. Hopp. Kala. Tür. Wir haben dir die Tür geöffnet. Jetzt sieht er aus. Ist das Odin? Welches Spiel spielst du jetzt mit mir? Odin schickt uns nicht. Wir sind die Guten. Ja. Guten. Das ist der Kriegsgott. Das ist der Kriegsgott. Ich bin eine andere Kriegsgott. Guten Tag. Diese Klingen. Ich kenne dich. Sicher tust du das. Pianasen. Garten Sada. Und jetzt willst du mich töten? Nee. Nein, dich befreien. Bleibt bloß weg. Oder lass mich mal. Hallo, das ist Mimir. Schau. Du kennst mich, nicht wahr? Ihr habt Mimir ermordet. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ja, wir haben ihn zurückgebracht. Ihr bleibt weg von mir. Ihr Monster. Halt. Ihr ist echt verrückt geworden. Ach, komm. Ah. Alles ist echt verrückt geworden. Schau. ифische